Hallo und willkommen, meine Lieben. Heute der 10. Dezember und zugleich der 2. Advent. Zwei LEDs haben wir ja schon und gestern haben wir die eigentlich nur tief zum Blinken gebracht. Hier sehen wir. So, ich würde sagen, hier machen wir die 10. Dezember weiter und ich wünsche euch viel Spaß dabei. Los geht's. Dann würde ich sagen, machen wir erstmal das 10. Dezember auf, aber vorher schau ich euch das geblinkt hier aus. Zack, schon ist es aus. Und dann schauen wir mal, was in der 10 drin ist. Und wie ich sehe, ist schon wieder ein Widerstand drin. Das ist ein 100 Kilo Ohm Widerstand. So, dann würde ich mal sagen, bauen wir erstmal ein. Also für mich sieht es aus, als wenn die Dauer brennt, aber die hat ein leichtes Flackern drin. Das werdet ihr einfach sehen. Das war's auch schon wieder. Mit dem 100 Kilo Ohm Widerstand haben wir ein schnelles Flackern der zwei LEDs produziert. Das könnt ihr jetzt in der Kamera nicht so genau sehen, aber im bloßen Auge sieht man schon, dass die LEDs flackern. So, das war's auch schon wieder. Wenn es euch gefallen hat, wäre, lasst meine Damen da. Schreibt in die Comments und denkt dran, ich werde dieses Komplettpaket verlosen. Und wer mag, natürlich ein Abo. Und dann bleibt mir noch ein bisschen dazu übrig, wenn es zu finden ist, eine schöne 2. Advent. Und wir sehen uns dann morgen wieder. In aller Frische, Früh und Nacht. Viel Spaß noch und Tschüss.